jetzt nur ein paar die die erste wohnung zu tun über mit dem gelungen und den werden und dem dem der reihe war wie schritt das euch aus Nei-Wa? Nei-Wa? ja ist so richtig Nei-Wa das ist der Bruder von Walga und Sef Timo der ist random und dann probieren wir das erstmal so ich habe schon Hunger heute morgen bei euch erstmal zum Frühstück Schnitzel Dennis ey mach ich gut ja hab ich aber auch gegessen es war so viel da und deine Mutter hat sich Sorgen gemacht, dass da nicht genug ist ey mhm so viel ich denk mal die Würstchen und die ganzen Käse-Dinger die werden morgen bestimmt zum Frühstück auch nochmal ja glaub ich auch ja ich freu mich ja schon rücken aber wie willkommen hat 36 30 ok 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 malzaha krieg ich wahrscheinlich auf der Mitte malzaha ist voll stark aufpassen da kann ich viel silenzen ja es real Bot und wer noch ja 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 Ich leg mal Xinshauer, geht auf die Botch. Ja, glaub ich auch. Die mit auf die Top. Also Malza heißt echt gemeinde, da hab ich, dass er frei war oft gespielt. Somit haben wir da frei? Ne, ne? Ich glaub nicht. Mordokaiser? Ach, hier noch Mordokaiser. Swain ist aber jetzt frei dafür dann. Swain mag ich überhaupt nicht. Also ein ähnlicher. Ne. Mordokaiser ist gut. Der ist nicht stark. Den hab ich mal gespielt, bitte. Kau ich mir direkt am Anfang immer 14 Schuhe. Ari, was... Was kauft man sich mir denn noch mal an Schuhe? Mh, brauch einen Pull, oder? Ja, wenn nicht. Zumindest bei den Wölfen, dann geht's schneller. Es gibt ja so eigentlich gar keinen richtigen Pull mehr. Okay. Warum steht auf das Spiel seit neuestem jeder Tarik? Äh, ja, ist halt super hart. Ja. Ich hab den auch noch nicht so lange. 3 Tage oder so. Ich hab den nur gespielt, als der gratis war. Und da fand ich den eigentlich ganz gut. Hast du ihn jetzt eigentlich gekauft? Ja, hab ich. Der ist ja nicht mehr in der Kratze. Ja, hab ich. Der ist ja nicht mehr in der Kratze. Was hast du gesagt? Ich hab mich nicht verstanden. Was die Ari gesagt hat. Bis zum erscheinen der Basalle. Ach, soll ich deinen Puls hochtreiben, also? Die neuen Sprüche von Wiesentgeil. Ja, ich hab sag' die. Mh... Auf jeden Fall sind die Kur, also... Also, ich hab so ne Schlegerfraut. Irgendwie soll ich dir jetzt auf die Schnauze achten. Keine Ahnung. Und diese Intro-Musik, die ist ja echt krass. Ey, was das halt für das? Die ist gut, ne? Was ist ja... Oh, hier, hier ist grad... Hier war grad irgendwo... Oder ich hab's nur eingewiesen. Keine Ahnung. Guck mal, so sieht das aus, als ob die... Ari Basketball spielen würde. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Der fette Wolframer. Der fette Wolf war yeah. Vloh-Noah�. Ok, hier hier mal zu sehen, er war auch auf ja... Hat dem Logo Erfolg? Hattel und Jack, hat man sowas dann? ja, Monster! Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Eigentlich find ich jetzt viertelstich in Jungle ziemlich langsam. Ich mach dir aber auf jeden Fall schon ordentlich Damage. Oh. So ein Schein. Prozent es war ein richtiger Fehler doch was was die Krankheit ist von den Minions das Begriff hat diese schwarze Wolke die ihm haben die was wichtig wenn ich gern auf die nächsten bei mir war es aber was ist er kann der macht mir so gut wie kein der Mensch im Moment aber noch nicht mit dem Mann ich brauche gleich mal den Gruppen der Ziele kommen ja ja ich bin mit dem Präsident 9 4 und es ist jetzt 2 und kein Mann und noch probieren und wenn ich auch was denken kommen jemand denkt auch bei mir schon mal also dort gibt es auch aber nicht hat auch die Schöpfung der leckte ja ein paar Wissler bei mir so ein Schogart ist was macht ihr denn hier lol und Flasch habe ich auch noch benutzt ooooh das ist doch nicht witzig ich kann das einfach mal so ein Stand-Band-Home-Far-Auto-Attack drauf jetzt klappt mir schon die Kanone, die Kills ha 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 ich bin mir einfach nie genautet der dich? ja kann sich ja heilen, hm Timo ist schon einmal gestorben weil Timo ist echt Timo ist richtig schlecht oben ich kann das immer nicht sehen, wenn Timo so schlecht gespielt wird erzähle ich bald mal ein Gang hier ich glaub der war noch nicht zurück, ist der schon über 5 ja, Timo ist hier oder? ne, noch nicht er könnte noch überleben ne, jetzt kommt Malzau ne, noch nicht der mit Stimme lass mal in den Busch gehen und dann warten bis die kommen lass gleich noch nicht mehr schiefst du wahrscheinlich gleich okay, lass mal so ein bisschen pushen ich versuch den mal zu ganken ja dann kick den mal sobald ich bei euch bin oh, macht Shugard kommt Achtung, Shugard kommt von oben vielleicht ja, da kommt er ja warte ich wurde zum Tor hä, was ist das denn jetzt? ich glaub den ich wie gar nicht aus jetzt packt genau, meine meine Animate jetzt hat mein gerade umgebracht vielleicht haben vielleicht war das weil weil ich den gezogen hab ne, warte nicht boah, schnull 3, das fällt mir sehr gut an Fede, du solltest öfters ganken so wie der Shugard du rennst immer auf dem Dschungel rum ja, ich bin grad dabei so wie jetzt ja, das ist ja das ist ja ja gut also alleine kann ich schlecht ganken weil ich mach nicht so viel Faden der Shugard ja, ja dann mach ich das Singsau erstmal fertig so ist das Level 4 auf dem Solotop der ist schon der, dann wird die, ich passte aus und hab ich schon Level nicht schon Level 5 was hat der Malzahmer noch mal für ein Ulti? ähm, dann hält er dich schon lange fesselt zum Strahl und macht dir extrem viel Schaden und kann sich nicht bewegen und die ist echt mal hab ich die Ulti richtig stark Allerdings so so kann man viel zu selten hin dazu irgendwie zu ziehen oder sowas aber wir mach jetzt mal hier Malzahmer, wir sind genki na ich hab dir eben gewohdert und was ist. oder? Ne. Du hast jetzt auch mal so hart. Ja, warte. Ah, zu langsam. Warte. Nein! Wenn ihr Ulti braucht, sag Bescheid, ne? Den spielst du denn nochmal? Draven. Achso, ja, okay. Das gibt's ne Allround-Ulti. Können wir mal's an den Drachen machen? Können wir machen, ne? Hast du noch Mana dafür? Ne. Ich brauche auch nicht viel Mana. Komm, wir können jetzt erstmal die hier den Ding uns machen. Ne, das hab ich schon hier. Blau. Danach machen wir blau. Pass auf! No, ich brauch nicht auf den Natschen gleich. Mach du den mal kurz. Ja, sauber. Weg mit dem. Können wir helfen, mein Drachen? Achso, ja, klar. Nein! Oh, ich dachte, Moment, dass er dich fertig macht. Oh, ich dachte, Moment, dass er dich fertig macht. Ja, ich dachte, Moment, dass er dich fertig macht. Ja, ich dachte. Und jetzt brauche ich blau. Ja, ich glaube nicht wieder beim Blau helfen, ich hab keine Mana mehr. Ja, klar. Ja, dann komm, dann gehen wir erst zurück und dann holen uns blau. Etwa so dann. Das ist... Mich schon. Ich hab' ich Jax. Am Tower. Weiß ich nicht. Ja, ich hab' ich. So, jetzt den blauen Buff. Aber erstmal die Laien entpushen. Oh, shit. Oh, schwarze Bullschirm. Pass auf, der ist im Busch drin. Äh, das ist im Bildschirm. Schwarze Bullschirm. Schwarze Bullschirm. Weiß nicht, wo der ist. Ach so jetzt. Okay, alles klar. So jetzt den Blue-Buff holen? Ja. Falls nicht der Malzah ja auch gespuckt. Okay, so. Nee, da kam das Auto nicht so rum. Okay. Jetzt gacken wir mal Malzah. Der ist... Ja, der ist hier oben. Der ist so irgendwie weg. So, jetzt noch 50 Schaden, jetzt geht's los. Warte, du. Soll ich mal Bots ganken? Äh, die haben gewordet unten im Butch, ne, Dennis? Ich gank mal Bot, ne? Ah, okay. Ja, aber lass die, lass die ein bisschen buschen. Sonst ist das schwierig zu ganken. Äh, die haben aber, ich glaub, ich weiß nicht, ob die gewordet haben. Äh, genau ob die gewordet haben. Für jeden Fall. Äh, die nur den unteren Bus gewordet haben. Also, den vorderen. So, erst der grad vorstieg. Ich geh schon mal so'n Sugar, ey. Von mir aus kommst du jetzt kommst. Jo, von mir auch aus. Ja, zu spät, die haben. Ich kann's dann. Okay, ich brauch, dring mal Hilfe auf der mit. Schön. Oh Gott. Ich muss auf was das schonig kommt. Wo es erst ist bei mir? Ja, nicht mit mir. Da komm ich so. Achtung. Ja, ich komm mal runter. Den kriegen wir aber. Zu dritt hat der keine Schnitte. Ich muss mich mal wegsetzen, wenn ich die grad saugen möchte. Hehehe. Okay, ich schaff das schon wieder. Dann bleib ich. Ich kann ihn erst dann, wenn er zu nah kommt. Wenn ihr dann was machen könnt, dann ist der tot. Ja, ich kann was machen. Ich hab jetzt meine Drehexe verloren. Scheiße. Gut, vonerst kannst du ihn jetzt dann. Okay. Ich hab da. Ah, da kommt Jax. Achtung. Jax, geht auf mich. Ja, ich kann leider nicht mehr viel machen. Weil ich bin... Papa, ich bin grad im Spiel. Ja, ich bin unterwegs. Mein Gott. Gott. Ja, ich muss mal eben weg. Okay. Ja, kein Ding. Koch hier mal den Red Buff. Ich würd sagen Draven, oder? Ja, ich hab schon. Ne, ich hab grad. Jo. Ich bin eben kurz fünf Minuten weg. Okay, dann kann ich auf Gott nicht viel machen. Weil ich bin so ein Supporter. Boah, wie viel damage der macht, wenn ich den mal treffe. Boah, wenn ich den treffe, mach ich richtig viel damage. Ich glaub, wenn ich den jetzt gleich angezogen kriege. Was mach ich denn? Ich hab den vorher noch nie getroffen. Weißt du? Später bitte. Okay, Timo krieg ich auch mal auf die Fresse, hab ich das Gefühl. So, dass ich ihn mir da so rennen sehe. Oh, Achtung. Ja, ich seh schon. So, ich hol mir jetzt hier die... Malz, ja. Schön. Und jetzt schon grad noch. Kriegen wir den? Ja, kriegen wir. Könntet ihr gleich mal Boss kommen? Ich hab jetzt keiner mehr mehr. Ah, fuck. Ich kann höchstens Flammen auf dir machen, aber das ist jetzt dann wieder weg. Ich hab dich da vollgefressen. Na, ich denk mal, Ezreal. Okay. Ich geh jetzt zurück. Ich geh jetzt zurück. Ich geh jetzt zurück, hier. Aber ihr, da war auch noch... Achtung, Jacks kommt von hier. Jacks kommt von oben. Ja, klar. Den. Okay, es hat er mich gesehen. Ich weiß es nicht. Also, wenn du Jacks gesehen hast, dann hat Jacks auch dich gesehen. Mal sagen. Ich hab auch noch mal gestanden. So. Ich muss jetzt mal zurück. Ich muss auch zurück, hab auch kein Mal mehr. Aber war gut. Oh, ich mag Ari, Ari ist voll geil, ey. So, was soll ich mal als nächstes? Magie-Durchdringung. Ja. Hau ein Kollege auf ein Stück mit seinen Kills an. Hau ein Kollege auf ein Stück mit seinen Kills an. Jetzt brauche ich was für ein Damage. 1.600. Wir warten ein bisschen. Es geht auch jetzt zurück und der lässt sich nicht denken. Kann man vergessen. Das Ende. Ich kann von mir vielleicht mal mitbekommen. Aber ich kann halt kein Damage machen. Ich kann ja nur anders dann. Äh. Ja, nee. Der Viertel ist ja hier. Oder? Ja, ja. Ich bin jetzt mal mit. Warte. Warte. Nee, wenn der Chogard kommt, dann... Also, wer findet das auch? Wenn der Chogard... Wieder da. Okay. Wir haben was verloren? Das hat sich wieder mal verloren. Wir haben gewonnen eigentlich. Also, ich hab Malza gekillt. Ja, wir haben von uns nochmal, ich glaub, Esther gekillt. Fuck, fuck, fuck. So. Und was ist nichts passiert. Wieso zieht ihr denn so lange? Und wie viel Damage zieht ihr Malza? Ja. Das ist, das ist die Ulti. Die ist richtig. Ja, ich weiß aber, die zieht ja so lange. Äh, die ist mega lange. Das ist einfach so. Ich glaub, ihr habt drei Sekunden oder so. Das waren keine drei Sekunden. Das waren locker 100 Sekunden. Das waren locker 100 Sekunden. Mindestens. Okay, das ist schon krass. Also, das kam mir echt lange vor als. Ah, jetzt haut der ab. Oh Gott. Geh dem nicht hinterher, sonst geht der Chogard. Bleib einfach am Turm, sicher da. Komm nicht. Komm, wir holen den einfach eben. Ja. Schade. Ich möchte den auch auch mal haben. Achtung, Shin Sao kommt vielleicht. Äh, ja, der geht nach oben, aber... Ich glaub, Shin Sao geht auch zum Blubuff. Ja, der geht 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 zum Blubuff. Ich brauch den Blubuff. Ich brauch den. So, sauber einfach mal kurz den geholt. Ja, du lauf. Ah, die bauen sich ziemlich tanky, ne? Wer? Es real und so. Ja, also, jetzt, Chogard und Ding, schon sauer eigentlich, normalerweise Turm. Pass auf, da beide drin, das weißt du. Das macht sie, erzähl. Dann noch mal den Drachen holen. Können wir machen. So, was ist O mit dem Turm, hallo? Die laufen jetzt einfach alle durch. Guck mal, obwohl der die Pilze auch alle hinsetzt. Können wir schlafen und gehen, okay. Macht er. Dann lass uns den Drachen drin. Machen wir den? Obwohl ihr schafft ihn auch so, ne? Mhm. Soll ich mal machen, dass der Drache sich in mich verliebt? Ach du. Und die können nicht. Ich glaub, die kommen jetzt zu uns. Ja, oben, Tum, 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 hier oben. Ja, okay, der Turm ist down, dann holen wir uns unten die jetzt. Der Turm ist down, Tarek. Komm mal her, komm mal her! Nein, lass mich hier nicht stehen! Ach, schade. Ja, was ist mit den Jacks denn jetzt? Die rennen eh vorbei, die decken, dass wir die locker. Komm, dann holen wir uns jetzt den S-Ra-El. Esrael Esrael Esrael, ja Esrael 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 hat null Verteidigung Ja? Er ist so easy zu holen Also ich kann jetzt mal im kurzen Autotech reinhauen Und ich kann auch dann So, Tower Time Esrael hat sich in mich verliebt Wie süß Ich hab dir Esrael vorbereitet Jetzt den Schuh, den Schuh, den Schuh Ach, mehr kann ich ja nicht tanken Ich bin fast groß Nooo, hat der Tor schon mal meine Ulti unterbrochen Gigachow Nein, 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 nein Ja was, ich dachte ihr seid da, ihr rennt alle weg Hallo, das war uns Ja, aber ich hab die ganze Zeit den Tower getankt Ist auch am Anfang Wir waren aber zu viel, scheiß auf den Tower, wir hätten den noch kriegen können Bevor er sich mit mir vollgefressen hatte, wäre richtig wenig live Was macht Timo eigentlich? Weiße Schogat ist wieder so richtig fett Schogat ist wieder so richtig fett Ja, das finde ich nicht so fett ist Nein, den Draven Nein! 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 Wow Wow